Ein unsichtbares Königreich umgibt uns. Sie landen auf mir. Sie sind auf unserem Essen, in unseren Lungen und auf unserer Haut. Sie sind auf jedem Gegenstand, den wir anfassen und überall, wo wir hingehen. Sie sind ein einziges verbundenes System, quasi eine dritte Lebensform. Es ist eine fremde Welt. Das ganze Netzwerk des Lebens ist durch Pilze verbunden. Einige werden uns retten, andere bedrohen uns. Und wir fangen gerade erst an zu verstehen, welche welche sind. Sie formten unsere Welt und entscheiden über unsere Zukunft. Willkommen im Königreich der Pilze. Pilze sind keine Pflanzen und keine Tiere. Sie bilden ihr eigenes Reich. Viele Menschen sehen sie als Pflanzen. Vielleicht, weil sie sich nicht bewegen und nur da sitzen. Aber tatsächlich sind Pilze viel enger mit Tieren verwandt als mit Pflanzen. Und ähnlich wie Tiere müssen sie andere Organismen fressen. Spricht man von Pilzen, denkt man zuerst an essbare oder giftige Fruchtkörper, die aus dem Boden sprießen. Aber das ist nur ein kleiner Teil ihrer Welt. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Ein Zeichen für die Anwesenheit eines Pilzgeflechts. Seht euch das an. Der Hauptteil des Pilzes ist eine Masse aus feinen Fäden, die das sogenannte Mycel bilden. Das Mycel ist der eigentliche Körper des Pilzes. Es verbreitet sich im Boden, verzehrt alles, was ihm in den Weg kommt und durchdringt sogar Holz. Sie können durch physische Kraft eindringen, aber auch durch Enzyme, die das Material verdauen, in das sie hineinwachsen. Diese Enzyme sind die Zähne und Klauen der Pilze. Wir wissen ziemlich viel über Einzeller, wie zum Beispiel Bakterien, und Vielzeller wie Pflanzen und Tiere. Pilze hingegen sind ungewöhnlich, weil sie ein einziges eng verbundenes Netzwerk sind. Sehr vieles ist noch unbekannt. Fast bei jedem Experiment finden wir etwas, das noch nie jemand gesehen hat. Ihr gesamtes Wachstum und ihre Entwicklung hängt davon ab, was in ihrer Umgebung passiert. Bei Tieren gilt, wenn sie Arme und Beine haben, können sie nicht je nach Bedarf weitere nachwachsen lassen. Anders als bei einem Tier verändert der Pilz bei seiner unersättlichen Suche nach Nahrung andauernd seine Form. Er kann sich immer weiter ausbreiten und nicht brauchbares Material wiederverwenden, um woanders zu wachsen. Tatsächlich kann er also wandern, wenn er Nahrung findet. Im Verlauf von einer Milliarde Jahren Evolution wurden Pilze zu Überlebenskünstlern. Pilze existieren schon so lange, sie hatten genug Zeit, sich zu behaupten. Sie fanden Wege, tödlich zu sein. Sie können besiegen, was sie bekämpft. Sie haben eine Milliarde Jahre Erfahrung in der Existenzsicherung. Wir können viel lernen von diesem rätselhaften Königreich. Aber wir kennen nicht einmal ein Prozent der geschätzten fünf Millionen Pilzarten. Wir sind diesen Organismen gegenüber sehr ignorant. Mit jedem Atemzug inhalieren wir hunderte Pilzsporen und wissen nicht mal Grundlegendes über die Arten, die wir seit Jahrhunderten erforschen. Die Mikrobiologen Rob Dunn und Anne Madden wollen herausfinden, wie Pilze unser Leben verändern können. Wir müssen nicht in fremde Länder oder an entfernte Orte reisen, weil es auch direkt unter unseren Füßen neue Arten gibt. Und jede Art ist vielversprechend. Sie könnte einen neuen Stoff enthalten, der zum nächsten großen Antibiotikum verhilft. Oder eine Chemikalie, die Krebs heilt oder etwas bewirkt, von dem wir jetzt noch nichts wissen. Wir sind sehr daran interessiert, nicht nur neue, sondern vor allem nützliche Pilzarten zu finden. Das könnte ein Pilz sein, mit dem sich eine neue Art Bier brauen lässt. Aber auch Pilze, die uns dabei helfen, unsere Industrieabfälle abzubauen. Wir brauchen die Hilfe von Pilzen. Den größten Teil der richtig coolen Sachen, die die Natur kann, haben wir noch gar nicht entdeckt. Deshalb suchen wir einerseits systematisch und andererseits stöbern wir auch ein bisschen herum. Rinde ist etwas Magisches. Wenn du sie ablöst, kann sich darunter ein Drama abspielen. Ein mikroskopisches Rätsel in einem mikroskopischen Rätsel. Wir brauchen einen Weg, der uns bei der Lösung des Rätsels hilft. Die Naturgeschichte liefert uns dabei den Kompass, der uns die Richtung anzeigt. Dies ist die große, bisher unerzählte Geschichte, wie Pilze alles Leben an Land formten. Um sie zu verstehen, müssen wir zu den Anfängen der Evolution zurückgehen. Vor einer Milliarde Jahren erwacht der Planet Erde aus einer langen Eiszeit. Zurückweichende Gletscher geben eine unfruchtbare Landschaft frei. Und doch wird aus dieser Ödnis die gesamte Fülle irdischen Lebens hervorgehen. In den Lava-Feldern von Island finden sich Hinweise auf die ersten Siedler. Aufregend herauszufinden, was hier lebt, das wir nicht sehen. Auf diesen Felsen finden sich Hinweise darauf, dass mikroskopische Pilze zu den Pionieren des Lebens gehörten. Vor etwa einer Milliarde Jahren begannen Mikroben, die Erde zu besiedeln. Darunter waren Bakterien und auch Pilze in krustenartigen Gemeinschaften. Die ersten Pilze überlebten, indem sie Mineralien aus dem Gestein abbauten. Ein Existenzkampf, wie er härter kaum sein konnte. Wenn wir eine vulkanische Landschaft wie diese sehen, fällt es schwer, sich vorzustellen, dass Pilze hier eine Rolle spielen. Pilze sind fragil. Sie bestehen aus Fruchtkörpern und mikroskopischen Sporen. Und dennoch haben sie einen Felsen wie diesen in Erde verwandelt. Pilze fressen Felsen. Sie produzieren Sporen, die eine Säure freigeben, die die Oberfläche des Gesteins aufbricht. Schnell wachsende Pilzfäden, die sogenannten Hüfen, bohren sich in das Gestein, um nährstoffhaltige Mineralien aufzunehmen. Mit einem Druck, der hundertmal größer ist als der Druck in einem Autoreifen, zertrümmern die Spitzen der Hüfen den Felsen. Was wir hier sehen, ist eine Art molekularer Bergbau. Durch diesen Prozess verwandeln Pilze Felsen in Leben. Indem sie Gestein mineralisierten, legten die Pilze die Grundlage für das Aufkommen der ersten Pflanzen. Doch der nächste Schritt, die Besiedelung der Erde, war groß. Vor etwa 500 Millionen Jahren wanderte eine Gruppe Algen von den Rändern der Ozeane in Süßwasserteiche auf dem Festland. Um dort Fuß fassen zu können, mussten die Algen einen Handel mit den Pilzen eingehen. Organismen, die im Wasser leben, baden in einer Nährstofflösung. Wenn sie an Land gehen, sieht das ganz anders aus. Dann ist es sehr schwer, an das Wasser und die Nährstoffe zu kommen, um zu wachsen. Eine wichtige Strategie war es, sich früh mit den Pilzen zu verbünden, die an Land bereits Fuß gefasst haben. Pilze lebten damals von Bakterien und vermoderten Meeresalgen, die ans Ufer gespült wurden. Die Ansiedlung von Landpflanzen bot ihnen einen viel leichteren Zugang zu Nahrung. Einen lebenden Organismus auszubeuten, um an Zucker zu kommen, statt selbst Enzyme zu entwickeln, um Nährstoffe zu verwerten und zu verdauen, war energetisch günstiger für die Pilze. Ökonomisch ergibt das Sinn. Als die Algen die Gewässer verließen, waren sie bereit für einen Handel. Sie boten den Pilzen Zucker und erhielten im Gegenzug lebenswichtige Mineralien. Diese Beziehung, die beiden Seiten Vorteile bietet, ist eine Form der Symbiose. Sie wird zu einer der stärksten Kräfte in der Evolution. Als die erste Algenzelle Land berührte, sagte sie sinngemäß, hier bin ich, lass uns eine Beziehung eingehen. Der Mikrobiologe Dr. Eric Homm hat diese uralte Partnerschaft zwischen mikroskopischen Pilzen und Algen nachgebildet. Mich faszinieren Beziehungen, wer gut miteinander auskommt und warum. Dr. Homms Experiment zeigt, dass Pilze und Algen auch nach 500 Millionen Jahren noch zusammenarbeiten. Was denkst du, wie lange brauchen die beiden, um eine Symbiose zu bilden? Keine Ahnung. Es steht nicht von vornherein fest, dass sie eine Partnerschaft bilden. Ja, sie können eine Partnerschaft bilden. Das ist das Resultat von sieben Tagen. Für Wahnsinn. Du hast diese beiden zusammengeführt? Ja. Beide hassen das Leben und du erhältst innerhalb von sieben Tagen das? Ja, sie finden sich. Dass die beiden zusammen sind, bedeutet, dass die Alge irgendwie in den Hüfen eingeschlossen ist? Ja, sie sind physisch miteinander verbunden. Quasi Arm in Arm. Das finde ich fantastisch. Du stellst nach, was stattgefunden haben muss. Ja. Darin steckt eine besondere Schönheit. Diese Symbiose zwischen Pilzen und Algen wird die Tür zur Evolution aller Landpflanzen öffnen. Sie ist der biologische Urknall. Dieser erste Sprung war groß und hat das dunkle Land begrünt. Vor 450 Millionen Jahren wimmelt es nur so von bizarren Lebensformen auf der Erde. Doch fast alle tummeln sich noch in den Ozeanen. An Land gibt es weder Tiere noch Bäume noch blühende Pflanzen. Lediglich Mose polstern die Lavafelder und einfachste Pflanzen klammern sich an die Ufer der Flüsse. Sie hatten keine Blätter und Wurzeln und mussten am Wasser bleiben, weil sie es nicht speichern oder transportieren konnten. Wie ihre Vorfahren, die Algen, holten sich auch diese frühen Pflanzen Hilfe bei den Pilzen. Pilze hatten sich damals bereits auf der Erde etabliert. Sie konnten viel tiefer und in viel kleinere Spalten eindringen und so den Boden ausbeuten. Martin Bidatondo untersucht die wechselseitige Beziehung zwischen Pilzen und den ältesten Landpflanzen, den Lebermosen. Man kann es sich so vorstellen. Die Pilze traten in Kontakt und berührten die Oberflächen dieser flach wachsenden Pflanzen. Sie wuchsen eher um sie herum als in sie hinein. Beim Erkunden des Lebermoses finden die Pilze einen Weg zwischen den Pflanzenzellen. Einige schaffen es sogar, in das Zellinnere vorzudringen. Pilze schafften es also, die Pflanzen zu besetzen und wunderschöne baumartige Strukturen zu bilden, die sogenannten Arbuskeln. Durch diese Arbuskeln entziehen die Pflanzen dem Pilz Phosphor und geben ihm dafür Kohlenstoff, der durch Photosynthese entsteht. Katie Field kann die Atmosphäre nachbilden, die vor 470 Millionen Jahren herrschte, als Pilze und Lebermoser anfingen, zusammenzuarbeiten. Wir haben den CO2-Gehalt ungefähr auf das Dreifache der heutigen Atmosphäre erhöht. Und jetzt schauen wir, wie es dem Lebermos geht. Dies ist mein Lieblingslebermos, Troibia lacunosa. Sie ist die älteste Landpflanze der Erde und den Landpflanzen vor 400 Millionen Jahren vermutlich sehr ähnlich. Offensichtlich geht es ihr bei dem hohen CO2-Gehalt im Schrank sehr gut. Das deutet darauf hin, dass der Pilz seine Arbeit macht und sie mit Nährstoffen aus dem Boden versorgt. Und deshalb gedeiht sie. Dank ihrer Zusammenarbeit mit den Pilzen überlebten die Lebermoser nicht nur, sie blühten geradezu auf. Diese winzigen Pflanzen saugten Kohlendioxid auf und gaben Sauerstoff ab und verhalfen dem Planeten so zu seinem ersten Atemzug. Mit der Zeit veränderten sie die Zusammensetzung der Atmosphäre und bereiteten komplexen Pflanzen den Weg. Viel größere Pflanzen entwickelten sich, mit Blättern und Stomata, Spaltöffnungen, die die CO2-Aufnahme kontrollieren können. Und mit Wurzeln, die es den Pflanzen erlauben, hoch über den Boden zu wachsen. Seither wurde fast jede Pflanze von ihrem symbiotischen Pilz genährt. Mich fasziniert die Vorstellung, dass eine lebende, gesunde Pflanze es einem anderen Organismus erlaubt, zwischen ihren Zellen und in ihren Zellen zu wachsen. Sie erlaubt es ihm nicht nur, sie zieht sogar einen Nutzen daraus. Letztendlich halfen die Pilze den Pflanzen, sich von winzigen Gewächsen an Ufern zu großen Wäldern und ganzen Ökosystemen zu entwickeln. Hätten sich die Pilze nicht entwickelt, würde dieser Planet komplett anders aussehen. Wir wären nicht hier. Lange bevor die ersten Wälder entstanden, beherrschten Pilze die Erde. 50 Millionen Jahre lang ragten riesige Strukturen, die Prototaxitis, bis zu 8 Meter aus der Erde. Sie waren so seltsam und unerklärlich, dass Wissenschaftler 100 Jahre lang über sie stritten. Prototaxitis wurde als fossiles Holz identifiziert. Aber als ich mir das Gewebe selbst ansah, hielt ich das für sehr unwahrscheinlich. Es machte mich neugierig und ich wollte herausfinden, was es war. Es war nicht mit heutigem Holz zu vergleichen. Das Nächstliegende war also die Annahme, es könnte ein Pilz sein. Ich vergliche es mit heutigen Pilzen, und zwar Porlingen, die sehr hölzern und sehr hart sind. Dr. Francis Huber hat sein Leben lang versucht, aus diesen rätselhaften Fossilien schlau zu werden. Diese Struktur ist definitiv kein Holz. Das hier sind Hüfen und das sind Röhren. Das ist typisch für heutige Pilze. Wenn wir einen Porling aufschneiden, sehen wir eine ähnliche Anordnung von verschiedenen großen röhrenförmigen Elementen. Diese gigantischen Pilze verbreiteten sich auf alle Kontinente und beherrschten 50 Millionen Jahre lang die Landschaft. Sie hatten keine Feinde, bis Insekten auftauchten und anfingen, sie von unten her aufzufressen. Ich sage immer, Prototaxitis hatte genug davon, am Boden gefressen zu werden, kletterte ein Baum hoch und wurde zum Baumpilz. Diese seltsamen Fossilien sind alles, was geblieben ist. Eine Erinnerung an die bizarren Experimente der Evolution. Im goldenen Zeitalter der Dinosaurier explodiert der Planet geradezu vor Leben. Baumfarne und Koniferen bestimmen jetzt die Landschaft. Doch es sind die Pilzgeflechte unter der Erde, die das alles ermöglichen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wir vergessen Pilze schnell, weil wir sie nicht sehen. Aber mit etwas Abstand wird klar, sie sind die Voraussetzung für Pflanzen. Mit der Ankunft von Bäumen entwickeln sich neue Pilzarten. Sie gehen eine Partnerschaft mit den Wurzeln der Bäume ein und lassen ganze Wälder entstehen. Das sind Pilzarten, die im Boden ganz andere Dinge tun, als die frühen Arten, die den Pflanzen dabei geholfen haben, sich an Land anzusiedeln. Über der Erdoberfläche werden diese Pilze durch ihre Fruchtkörper sichtbar. Doch unter der Oberfläche bilden sie komplexe Netzwerke, die Wissenschaftler als Wood Wide Web bezeichnen. Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Wood Wide Webs. Eins besteht aus Destruenten, Zersetzern, die totes, pflanzliches Material abbauen und viele verschiedene tote Ressourcen vernetzen. Ohne diese Zersetzer würde das Leben im Wald schnell zum Erliegen kommen. Pilze fressen das Tote und erschaffen dadurch Leben. Sie sind die Müllabfuhr der Natur. Sie bauen totes, organisches Material ab und machen die darin enthaltenen Nährstoffe wieder für andere Pflanzen verfügbar. Ansonsten wären alle Nährstoffe des Planeten in toter Materie eingeschlossen. Pilze nehmen das tote Material und geben es dem Leben zurück. So wird alles wiedergeboren. Das Netz des Lebens ist durch die Pilze miteinander verbunden. Das zweite Wood Wide Web bildet sich zwischen lebenden Pflanzen, vor allem Bäumen. Auf der Suche nach Nahrung dringen die Pilzfäden, die sogenannten Hüfen, zu den Baumwurzeln vor. Sie umschließen die Wurzel und einige finden sogar den Weg in ihr Inneres. Dort liefern sie Wasser und Mineralien im Austausch gegen Zucker. Doch es ist mehr als nur ein Handel. Der gesamte Wald ist nun durch die Pilze verbunden. Wenn man es zusammenrechnen würde, dann fände man allein unter der Fläche eines einzigen Fußes 500 Kilometer Hüfen. Ein riesiges Netzwerk, das alles transportiert, was der Wald braucht. Das Internet der Natur. Eine Informationsautobahn, die es den Bäumen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und sich sogar gegenseitig Warnsignale zu geben. Als bestünde der Wald nicht aus einzelnen Bäumen, sondern würde wie ein Superorganismus funktionieren. Verbunden durch das Pilznetzwerk entsteht ein üppig bewachsener, lebendiger Planet. Aber hunderte Millionen Jahre Evolution stehen kurz davor, in einem einzigen Moment weggefegt zu werden. Dieser Asteroideneinschlag rottet 70 Prozent aller Arten aus. Doch Pilze, die ultimativen Überlebenskünstler, nutzen die Katastrophe zu ihrem Vorteil. Die Erde wurde zu einem Pilzkompost. Denken Sie einmal darüber nach. Über Nacht passiert diese Katastrophe. Staub wird aufgewirbelt. Es gibt kein Sonnenlicht. Es gibt nur verrottende, pflanzliche Materie. So können sich die Pilze rasant vermehren. In dieser ausgedehnten Todeszone erben die Pilze die Erde. Und so Unglaubliches klingt, ohne diese Katastrophe wären wir Menschen gar nicht hier. Denn eine bisher unbedeutende Art überlebt. Die Säugetiere, aus denen wir uns entwickeln werden. Säugetiere haben einen Vorteil gegenüber Reptilien. Sie sind heiß. Reptilien sind recht anfällig für Pilzerkrankungen, aber ein Säugetier, das eine Körpertemperatur um 35 Grad hat, schafft eine Art thermale Ausschlusszone für Pilze. Eine faszinierende Theorie. Sollte sie zutreffen, lägen die Körpertemperaturen von Warmblütern über den Temperaturen, die die meisten Pilze aushalten. Cassa de Waals Team wollte diese Hypothese überprüfen. Nach zwei Tagen auf dieser Kultur bei entweder 25 Grad, also Zimmertemperatur, oder 37 Grad, der menschlichen Körpertemperatur, sehen wir Unterschiede im Wachstum. Auf der 25 Grad Petrischale sind alle vier Stämme gewachsen. Aber auf der 37 Grad Schale sehen wir, dass zwei Stämme überhaupt nicht gewachsen sind. Das liegt daran, dass sie bei 37 Grad nicht überleben. Und das sind auch die Stämme, die den Menschen nicht infizieren können. Der schmale Grat, der uns vor diesen Krankheitserregern schützt, macht den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. In den USA sterben Millionen kleiner Fledermäuse durch einen neu eingewanderten Pilz. Fledermäuse sind Warmblüter, so wie wir. Allerdings halten sie Winterschlaf. Und wenn ihre Körpertemperatur sinkt, werden sie anfällig für diese Pilzkrankheit. Das Interessante ist, wenn wir infizierte Fledermäuse füttern, sie aufwecken und ihre Körpertemperatur ansteigen lassen, können sie die Pilzkrankheit kontrollieren. Aber wenn sie abgekühlt sind, schafft ihr Immunsystem das nicht von allein. Die Warmblütigkeit von Säugetieren inklusive Menschen hat sich quasi als Schutz vor Pilzen entwickelt. Wir haben die Krankheitserreger ausgekocht. Geschützt durch ihre hohe Körpertemperatur können sich die Säugetiere in der von Pilzen beherrschten Welt frei bewegen. Vor zehn Millionen Jahren wurde das Klima warm und trocken. Wälder wichen Wiesen und unsere Vorfahren begannen, das Leben am Boden zu erkunden. Der simpelste aller Pilze sollte ihr Schicksal verändern. Die Hefe. An den Bäumen gibt es viele unvergorene Früchte. Doch wenn diese zu Boden fallen, können sie beschädigt werden. Hefe kann in die Frucht eindringen und sich mit den Bakterien einen Kampf liefern. Dabei produzieren sie Ethanol. Wer sich also an das Leben auf dem Boden anpasst, wird eher vergorene als unvergorene Früchte antreffen. Wenn du die vergorenen Früchte isst und das Ethanol nicht abbauen kannst, wirst du betrunken. Ist das eine gute Überlebensstrategie im Wald, umgeben von Raubtieren im Wettkampf mit anderen Tieren? Eher nicht. Der Biologe Matthew Kerrigan fand heraus, dass einige unserer Vorfahren Alkohol abbauen konnten. Dank unserer Studien an Enzymen wissen wir, dass unsere Vorfahren, so wie diese Jungs oder auch Gorillas, eine Mutation hatten, die ihnen half, Ethanol sehr gut zu verstoffwechseln. Das kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wenn es nichts anderes zu essen gibt, sind Ethanol und Früchte besser als zu hungern. Diejenigen Vorfahren, die Alkohol vertrugen, hatten bessere Überlebenschancen. Wir können Ethanol konsumieren, ohne völlig betrunken zu sein. Hefe, ich liebe sie. Durch diese eine Mutation, tief in unserer evolutionären Vergangenheit, ist unsere Geschichte eng mit der Hefe verknüpft. Die Übergänge in der Menschheitsgeschichte von Jägern und Sammlern zu einer Agrargesellschaft und schließlich zu Nationen zeigen, der Schlüssel zu diesen Übergängen waren die Pilze. Die Zivilisation entwickelte sich dank der Landwirtschaft. Bisher dachten wir, Getreide sei angebaut worden, um Brot zu backen. Was aber, wenn es zum Bierbrauen geerntet wurde? Es gibt Hinweise darauf, dass unter den Getreidesorten, die in der Frühzeit angebaut wurden, Sorten waren, die nicht fürs Brot backen, sondern fürs Bierbrauen die besten waren. Backen und brauen. Beides basiert auf einer Gärung mit Hilfe von Hefe. Doch das Bierbrauen hat den zusätzlichen Vorteil, dass es Bakterien abtötet. In den ersten menschlichen Siedlungen haben wir überall hingekackt. Die Gefahr, sich anzustecken und krank zu werden, war sehr hoch, vor allem durch Flüssigkeiten. Da haben fermentierte Getränke möglicherweise unsere Überlebenschancen erhöht. Wir haben unsere Zivilisation auf einen einzigen mikroskopischen Pilz aufgebaut. Und 10.000 Jahre lang wurde jedes Glas Bier und jeder Leib Brot mit derselben Hefe produziert. Anne Madden und Rob Dunn haben sich vorgenommen, das zu ändern. Es gibt noch viel mehr Hefearten auf der Welt. Deshalb hatten wir die Idee zu schauen, ob eine wilde Hefe neue und hochwertige Biere produzieren kann. Als erstes suchten wir in den Körpern von Faltenwespen. Wenn Wespen Blumen bestäuben, treffen sie nebenbei auch auf Hefepilze, die sich vom Nektar ernähren. Wir wussten, dass Wespen eine Art Hefespeicher in der Natur sind und wollten diese erforschen. Bei ihnen fanden wir eine Hefeart, die noch nie zum Bierbrauen verwendet wurde. Wir haben hier die vier verschiedenen Hefearten, die von den verschiedenen Arthropoden kamen, die wir untersuchen. Die Hefen sehen sehr unterschiedlich aus. Sie haben verschiedene Pigmente produziert. Und sie riechen unterschiedlich. Die hier riecht fruchtig. Ja, und das wird sich vermutlich aufs Bier übertragen. Das müssen wir also im Kopf behalten. Die meisten Hefen können keinen Alkohol produzieren. Und wenn sie es doch können, riecht es fürchterlich. Die also nicht. Wie unfair, das war ein Trick. Wir hatten also sehr geringe Erfolgsaussichten, aber wir fanden ein paar Hefen mit der Fähigkeit, Alkohol zu produzieren. Ich schickte sie an unseren Brauer und erwartete nicht viel. Wissenschaftlich gesehen war das ziemlich aussichtslos. Doch ein paar Wochen später schrieb mir John eine Mail. Die Hefe hat Bier gemacht. Ja, die Hefe aus dem Körper der Wespe hat das Bier für uns gemacht, das du jetzt trinken wirst. Ich bin mir unsicher. Soll ich mich gut fühlen? Probier's. Okay, auf geht's. Das ist ziemlich gut. Schmeckt es? Ja, nach Wespe, lecker und ein bisschen nach Pilz. Ich mag's. Ich mag's. Pilze haben uns aber mehr gegeben als Bier und Brot. Schon unsere Vorfahren kannten sie als Lebensretter. Vor 5000 Jahren war diese wunderschöne Gegend in den Tiroler Alpen schon von Menschen besiedelt. Ein Mann machte sich schwer bepackt auf eine Reise. Doch leider sollte er nicht nach Hause zurückkehren. Ötzi. Der Mann aus dem Eis. Opfer eines jungen steinzeitlichen Mordes. Sein Körper wurde im Eis tausende Jahre lang perfekt erhalten. So auch seine Besitztümer. Darunter waren zwei Objekte, die anfangs ein großes Rätsel waren und sich später als Pilze herausstellten. Wir überlegten, ob es Nahrung sein könnte. Aber niemand würde sich die Mühe machen, Nahrung so zu verzieren. Dr. Ursula Peintner ist eine der Wissenschaftlerinnen, die diese Pilze untersuchten. Heute wissen wir, dass der Birkenporling unser Immunsystem stärkt und auch gegen Krebs und Entzündungen hilft. Er ist antiviral und antibakteriell, hat also viele medizinische Eigenschaften. Ötzis Baumpilze sind die erste nachgewiesene Verwendung von Pilzen als Medizin. Doch für ihn hatten sie noch eine weitere Bedeutung. Sie waren ein Glücksbringer, etwas Spirituelles, der göttliche Geist, der ihn auf der Reise beschützen sollte. In der westlichen Kultur ist die Heilkraft der Pilze bald vergessen. Nur durch Zufall erinnert man sich an sie. Im Jahr 1928 werden Pilzsporen durch das Fenster eines Londoner Krankenhauses geweht. Sie landen in einer Petrischale im Labor von Alexander Fleming. Dieser Pilz mit dem Namen Penicillium verändert die menschliche Geschichte. Er untersuchte eine dieser ungewöhnlichen Petrischalen und entdeckte am Übergang zwischen Bakterien und Pilz eine Zone, in der nichts wuchs. Er fand heraus, dass die Pilze Chemikalien produzierten, die sich außerhalb des Pilzkörpers befanden und die Bakterien töteten. Und das ist der Ursprung der Entdeckung der Antibiotika. Die Menschheit wurde in ihrer gesamten Geschichte fast durchgängig von bakteriellen Seuchen dezimiert. Doch seit der ersten Penicillintablette hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht. Wir haben gigantische Städte gebaut und unseren Planeten verändert. Wir werden um zwei weitere Milliarden Menschen wachsen. Wir werden mehr Nahrung und mehr Antibiotika brauchen. Deshalb werden wir noch stärker von Pilzen abhängen als heute. Die lebensrettende Kraft der Antibiotika ist das Ergebnis eines uralten Krieges. Pilze und Bakterien sind Todfeinde. Wo immer Pilze wachsen, treffen sie auf Bakterien. Und über Millionen Jahre haben sie Mechanismen entwickelt, diese zu töten. Pilze sind bemerkenswerte Chemiker. Sie produzieren Moleküle, die wir, ehrlich gesagt, im Labor derzeit nicht nachbilden können. Doch Bakterien entwickeln sich unablässig weiter und werden resistent. Die Ursache für die weltweite Antibiotika-Krise. Wenn wir keine Lösung finden, werden hunderte Millionen Menschen sterben. Die Herausforderung besteht darin, dass wir keine neuen Medikamente haben, aber wir müssen neue Lösungen finden. Der Mikrobiologe Jerry Wright fragte sich, ob Pilze, die Antibiotika produzieren, vielleicht auch die Resistenz besiegen können. Also musste er sich wieder dem Boden zuwenden, in der Hoffnung, dort einen Stoff zu finden, der aus der Krise führt. Hey, ich habe noch etwas Erde für euch, von hinter der Universität. Danke. Vielleicht findet ihr was drin. Klingt gut. Wir untersuchten 10.000 Proben von Mikroorganismen, die wir in verschiedenen Gegenden gesammelt hatten. Und fanden eine, die äußerst erfolgreich bei der Überwindung von Resistenzen war. Wir nennen sie AMA. Weil Aspergillomarasmin A einfach zu lang ist. Dieser Stoff, der von dem gewöhnlichen Bodenpilz Aspergillus oder Gießkannenschimmel produziert wird, stellt die Wirkung unserer Antibiotika wieder her. Als ich die Ergebnisse sah, konnte ich es nicht glauben. Es schien fast zu einfach. Doch es stimmte alles. Wir fragten uns immer wieder, kann er bei Lungenentzündung angewendet werden oder bei jener Infektion? Und bei jedem Experiment, das wir machten, erwies er sich als sehr effektiv. Mit der Beimischung dieser Pilzmoleküle werden selbst die resistentesten Superbakterien besiegt. Ich arbeite seit 25 Jahren in diesem Feld und wir hatten noch nie ein Molekül, das so wirksam war. Das ist wahnsinnig aufregend. Das Königreich der Pilze ist die Chemiefabrik der Natur, die der Menschheit gewaltige Vorteile bietet. Schon heute leitet sich die Hälfte der 20 wertvollsten Medikamente von Pilzen ab. Darunter solche zur Unterdrückung des Immunsystems oder Cholesterinsenker. Viele der neuen Medikamente kommen von Pilzen. Sie sind der Zauberkasten mit Stoffen, auf die wir angewiesen sind. Wissenschaftler untersuchen nun den Nutzen einer Vielzahl von Pilzen als Entzündungshemmer, Krebsmedikamente, Antioxidantien und Immunstimulantien. Die Herausforderung für Wissenschaftler ist, zu verstehen, warum sie es tun, wie wir es nutzen können und wie wir das finden, was wir suchen. Bei Millionen potenzieller Kandidaten erfordert die Suche nach nützlichen Pilzarten geradezu detektivisches Gespür. Neben den Insekten, von denen wir wissen, dass sie nützliche Pilze in sich tragen, gibt es viele andere, bei denen niemand diesen Zusammenhang untersucht hat. Wir schauen uns nun die sozialen Insekten an, die wie wir gegen mikrobielle Krankheitserreger kämpfen, die am liebsten ihre ganze Gesellschaft zerstören würden. Eine vielversprechende Kandidatin ist die schlechteste Haushälterin der Natur. Afenogaster Rudis. Diese Ameise scheint ignorant gegenüber Hygiene. Neben den Larven und Eiern finden wir Ameisenkot und tote Ameisen. Das ist interessant. Wenn Sie in Ihrem Schlafzimmer Kot und Leichen hätten, würden Sie sich nicht nur fragen, wie das dorthin kam, sondern vor allem, wie Sie verhindern, dass die Krankheitserreger daraus Sie umbringen. Wir sammeln Ameisen und ihren Abfall. Wir wollen herausfinden, ob im Abfall ein Pilz steckt, der ein hilfreiches Antibiotikum sein könnte, den die Ameisen aber auch nutzen, um den Abfall abzubauen. Im Labor sichert Anne Madden diejenigen Pilze, die auf den Ameisen gefunden wurden. Das hier mag ich am liebsten, weil du nie weißt, was auf einer Petri-Schale wächst. Eine verrückte Vielfalt für ein Insekt. Fantastisch. Wir sehen verschiedene Pilze, aber es kann sein, dass es hier noch mehr Arten gibt. Ich hoffe sehr, dass hier Pilze dabei sind, die Antibiotika produzieren oder welche, mit denen wir menschlichen Abfall entsorgen können. Wir wissen noch nicht, was es für welche sind, oder? Genau. Wir müssen noch mehr Erbgut entschlüsseln. Danach können wir erforschen, was sie können. Es kribbelt richtig daran zu denken. Nicht lustig? Entschuldige. Wir haben unsere Reise in das rätselhafte Königreich der Pilze gerade erst begonnen. Wo immer wir suchen, gibt es Wunder zu entdecken. Für viele unserer Probleme und Herausforderungen bieten Pilze enorm viele Möglichkeiten, sowohl wegen ihrer Beherrschung der Chemie als auch wegen ihrer Vielfalt. Pilze sind die großen Überlebenskünstler der Natur. Das macht sie sowohl zu mächtigen Verbündeten, als auch zu harten Gegnern, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Die Entstehung einer Epidemie an der kanadischen Westküste ist eine Warnung vor den tödlichen Kräften der Pilze. 2001 bemerkten Tierärzte auf Vancouver Island etwas Ungewöhnliches. Viele Katzen und Hunde hatten Knoten unter der Haut und Atemprobleme. Bald klagten Menschen über hartnäckigen Husten, Kopfschmerzen und nächtliche Schweißausbrüche. Röntgenbilder zeigten Schatten auf ihren Lungen. Sie dachten, sie hätten Krebs. Chirurgen schnitten ihn heraus, aber es war kein Krebs, sondern eine Pilzinfektion. Der Übeltäter entpuppte sich als Kryptococcus guttii. Ein relativ harmloser Hefepilz, der zuvor nur in tropischen Gegenden wie Australien aufgetreten war. Die Frage war, wie kam er hierher? Wir wussten es nicht und es war Detektivarbeit, das herauszufinden. Was wir eigentlich sehen, wenn wir Pilze sehen, ist die Evolution selbst. Professor Bartlett ist Mikrobenjägerin. Als Kryptococcus gatii auftauchte, war es ihre Aufgabe, ihn in der Natur zu finden. Die Zeit drängte. Die Kryptococose hatte bereits hunderte Menschen infiziert. Und 10 bis 25 Prozent davon waren daran gestorben. Sobald wir wussten, dass es sich um Kryptococcus gatii handelte, kontaktierten wir unsere Kollegen in Australien, wo er im Outback beheimatet ist und sich vor allem mit Eukalyptusbäumen verbindet. Das war unser Ausgangspunkt. Aber ich nahm auch Luftproben und so gelang uns der große Durchbruch. Die Sporen müssen nur in die Luft und das können wir nicht kontrollieren. Mit einer Ansteckungsrate, die zehnmal höher lag als in Australien, wurde Vancouver Island zum Sperrbezirk erklärt. Zwischen diesen Bäumen, mitten im Wald zu stehen und nicht zu wissen, ob es eine Seuche war, war ziemlich ernüchternd. Das Zweite, was mir in dem Moment durch den Kopf ging, war, dass ich dort war und Proben nahm. Riskierte ich also auch, an dieser Pilzinfektion zu erkranken? Was Kryptococcus gatii so beängstigend machte, es traf gesunde Menschen. Das ist äußerst ungewöhnlich. Bleibt sie unentdeckt, kann die Infektion tödlich enden. Ken James, ein ehemaliger Mühlenarbeiter aus Duncan, hatte Glück. Ein Zufall rettete sein Leben. Die Nachrichten brachten einen Bericht über diese Kryptokokenerkrankung. Als sie die Symptome auflisteten, dachte ich nur, ja, check, check, check. Im Grunde hatte ich fast alle der beschriebenen Symptome. Dr. Gasquire nahm eine Probe, legte eine Zellkultur an und bestätigte dann, dass ich Kryptokokken hatte. Bei invasiven Pilzinfektionen ist eine frühe Diagnose lebenswichtig. Sie sind sehr schwer zu behandeln. Wenn Sie zum Beispiel eine bakterielle Lungenentzündung haben, werden Sie zwei Wochen lang behandelt, dann geht es Ihnen besser. Wenn Sie eine Pilzerkrankung haben, müssen Sie oft monatelang behandelt werden. Ich musste ein Jahr lang Medikamente nehmen. Hätte ich nicht diese Sendung gesehen, wäre ich heute vielleicht nicht hier. Es sind Menschen daran gestorben. Die Infektion kann dann tödlich sein, wenn der Pilz von der Lunge ins Gehirn wandert. Die Pilzinfektion umschließt das Gehirn und bei manchen Menschen dringt sie sogar ins Hirngewebe ein. Dort beobachten wir kleine Wunden, die wie Löcher aussehen, wie Schweizer Käse im Gehirn. Doch wie kann ein harmloser Hefepilz, der im Boden lebt, einen Weg finden, gesunde Menschen zu befallen und zu töten? Das liegt an der Ökologie des Bodens. Dort leben andere Organismen, darunter auch Bodenarmöden. Tiere, die herumwandern und andere Organismen fressen. In diesem evolutionären Wettrüsten hat Kryptokokos gattii ein Schutzschild gebaut, um zu verhindern, gefressen zu werden. Übertragen Sie dieses Konzept auf den menschlichen Körper. Wir Menschen haben ein primäres Verteidigungssystem, die weißen Blutkörperchen. Und wenn wir uns die ganz naiv unter dem Mikroskop ansehen, sehen sie nicht viel anders aus als am Möben. Auch unsere weißen Blutkörperchen oder Makrophagen umhüllen eindringende Mikroben. Doch Kryptokokos gattii hat eine Lösung für dieses Problem. Die selben Eigenschaften, die Ihnen gegen am Möben helfen, lassen Sie auch die Makrophagen in den Lungen überleben. Lange vor den ersten Menschen hatte dieser Pilz die Waffe, um uns zu töten, sollten wir ihm in die Quere kommen. Gut möglich, dass wir nie von seiner Anwesenheit erfahren hätten. Kryptokokos gattii hatte in der Natur geschlummert, bis sich die Bedingungen änderten. Und das geschah durch die Erderwärmung. Wir wissen, dass die Durchschnittstemperatur in dieser Gegend in den letzten 40 Jahren um ein bis zwei Grad gestiegen ist. Es gibt auch längere Trockenperioden. Wenn dann Staub aufgewirbelt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen die Sporen einatmen und an Kryptokokose erkranken. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen die Sporen einatmen und an Kryptokokose erkranken. Seagatii ist in Bewegung. Er wurde in Australien entdeckt und ist schnell zu einem weltweiten Problem geworden. Er verbreitet sich auch in den USA. Er hat sich auf dem Kontinent festgesetzt und wird uns noch stärker beschäftigen. Der Ausbruch auf Vancouver Island ist ein warnendes Beispiel in einer sich erwärmenden Welt. Wenn sie die Gelegenheit bekommen, sind Pilze immer bereit, neue Gebiete zu erobern. Uns eingeschlossen. Es war bisher großes Glück, dass es für Menschen im Allgemeinen nur wenige krankheitserregende Pilze gibt, weil nur wenige dieser Pilze bei 37 Grad wachsen können, also bei Körpertemperatur des Menschen. Das war unsere Rettung. Doch während sich die Erde erwärmt, müssen sich auch Pilze an neue Bedingungen anpassen. So könnten Organismen, die heute noch keine Krankheit verursachen, weil unsere Körpertemperatur sie abhält, zu neuen Krankheitserregern werden. Pilze werden sich weiter unvorhersehbar entwickeln. Sie zu ignorieren wäre sowohl eine verpasste Gelegenheit, als auch ein gefährlicher Fehler. Es ist wichtiger denn je, unsere Beziehung zu den Pilzen zu verstehen, weil wir sie nicht kontrollieren können. Hoffentlich schaffen wir es, diese überwiegend friedliche Beziehung fortzuführen. Seit Anbeginn des Lebens haben Pilze die Evolution an Land vorangetrieben. Sie fraßen die Felsen, die zur Erde wurden, und nährten die Pflanzen, die den Planeten begrünten. Um den Planeten zu bekommen, den wir heute haben, brauchten wir Pilze. Es waren die Pilze, die nach jeder globalen Katastrophe das Leben zurückbrachten. Ohne Pilze gäbe es auch sonst kein Leben. Sie sind ein Grundpfeiler unserer Welt. Es waren Pilze, die den Weg für die Zivilisation geebnet haben. Sie haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Überall um uns sind Pilze, die unser Schicksal verändern werden. Und wir fangen erst an, das zu verstehen. Wir beginnen erst, das Königreich der Pilze zu erforschen. Die aufregendsten Entdeckungen stehen uns noch bevor. Wir beginnen erst, das Königreich der Pilze zu erforschen.